Heute mache ich ein richtig krasses Push-Battle. 30 Minuten gegen meinen besten Freund Finn, wer in allen Handyspielen mehr Siege holt. Und der Gewinner ist der Coolere und der andere muss in der Schule dann Burger Pommes ausgeben. Los geht's! Hallo Finn, bist du da? Hallo Max, ja, ich bin bereit. Ja, hast du dir fünf Spiele ausgesucht? Ja, ich habe Ballstars, Stumble, Hillclimb, Gummimann und Subway. Ja, ich habe Ballstars, Stumble, Polio, Geometrie und Crossy. Cool. Ja, du musst, also wir machen, also ich habe schon überlegt, in Crossy muss ich 150 Punkte holen. Und wie viele Punkte musst du in Subway holen, das als sie zählt? Eine Million. Okay, Finn, bist du bereit? Ich bin bereit, ich werde die Sterno Burger Pommes bekommen. Okay. So Finn, die Zeit läuft in 3, 2, 1, los! Let's go, ich nehme mein Lieblings, ähm, ja, und let's go! Ja, weißt du, ich mache ein Spiel, das kannst du gar nicht. Das hast du schon mal in der Schule probiert und da bist du letzter geworden. Hä, ich bin in jedem Spiel gut und ich weiß gar nicht, was du, ähm, meinst. Außer in einem bin ich schlecht. Ja, in welchem, sag? In dem zu verlieren, weil ich immer gewinne. Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe jetzt ein Spiel, da musst du richtig schlau sein, weißt du. Und da musst du so, ähm, musst du auch schon so drei Freundinnen gehabt haben, dass du das überhaupt gewinnen kannst, weißt du. Ähm, spielst du Mathe-Simulator? Nein, Mathe-Simulator spielt nur der Mathe-Lehrer. Ähm, okay, weil ich habe ein Spiel, habe ich es mal gesehen, da muss man schlau für sein. Ähm, und ich glaube, es hieß McDonald's-Simulator, da muss man eigene Filiale eröffnen. McDonald's-Simulator. Hast du eine McDonald's-Filiale? Ja, ich habe auch gut die Filiale. Und, ähm, und Luz, Luz Vito. Und, ähm, ich habe auch eine, ähm, das heißt so, ähm, ähm, Nike. Und das ist voll cooles Spiel. Aber da muss man voll schlau für sein, weil man da ist Millionär. Fem, ich habe jetzt den ersten Sieg schon geholt. Und du? Ey, du hast gehackt, das kann nicht sein. Doch, hab ich, ich mache jetzt das nächste Spiel. Jetzt musst du dich warm anziehen, wie im Winter, weißt du, wenn man rausgeht. Aber ich habe jetzt schon 14 Cubes und werde alle mit Edgar zerstören. Ja, egal, ich gewinne jetzt. Ich mache jetzt das eine hier, da mit den, ähm. Ich habe 18 Cubes. Bin ultra stark. Ja, ist egal, ich gewinne. Ich kann es auch 5000 Cubes haben. Ja, hab auch erst einen Sieg jetzt. So, so. Scheiße, ich habe, oh. Ich habe fast... Mich hat ein Auto überfahren. Ich mache jetzt Dumbel, aber ich habe leider Account von Lukas. Oh, der ist voll cool, der Skin. Aber hier ist voll schwierig, Sieg zu holen. Finn, ich bin aus Versehen, ähm, mich hat ein Auto überfahren. Mails, viel machst du denn? Ja, Quasi-Wood, hast du schon gesehen? Quasi ist voll blöd, ist voll lost. Nein, das ist gar nicht lost, du bist lost. Du musst spielen, Stammel, Mine, Fortnite. Äh, ich bin ins Wasser geflogen. Weißt du? Oh, Lukas hat alle Special Emotes. Ist voll easy done. Weißt du, Finn? Das ist unmöglich hier, das Spiel. Das kann man nur gewinnen, wenn man der Schlauste ist. Banane! Boah, Lukas hat voll Pay-to-Win-Account. Wirklich? Das darf man nicht. Der hat alle Special Emotes. Das wäre voll einfach hier zu gewinnen. Ja, das darf man aber nicht. Doch, ich darf das. Nein, du darfst das ohne Special Emotes, haben wir gesagt. Äh, nein mit. Nein, wir haben ohne gesagt. Weißt du, äh, nachher kannst du auch so fliegen und so wieder, Lorm, weißt du? Du bist eine Mini-Melone. Nein, es gibt keine Mini-Melone. Doch, so wenn man die kauft in den Supermarkt, die kleinen, so Süßigkeiten, so eine bist du. Nein, ich bin keine Gummibärchen-Melone. Alter, ich hab jetzt, ich hab das schwerste Spiel geschafft auf der ganzen Welt. Das schwerste Spiel ist Dummel. Nein, du lügst, das kann sogar mein, äh, mein Onkel. Und der, der, der geht auch manchmal einkaufen bei, ähm, bei Tankstelle. So, ich muss jetzt hier. Ich bin der Beste, weißt du. Nein, bin rausgeflogen. Ich mach jetzt nächstes Spiel. Ich mach jetzt das mit dem Loch. Nennst du das? Fortnite. Nein. Aber Fortnite hat ein Loch. Nein, du lügst. Hä? Dann kenn ich keins mit Loch, außer dein Gehirn. Nein, du lügst. Mein Gehirn hat kein Loch. Doch, das ist hole in. Da ist ganz viel drin, so, weißt du, wie Burger-Pommes auch. Da ist ganz viel Pommes-Fett und Burger-Gurken drin. Burger-Gurken mag keiner. Die muss man immer runter bestellen. Magst du bei den Burger deine Gurke? Ähm, bei Cheeseburger immer ohne Gurke, aber bei Hamburger mit Gurke. Warum? Weil bei Hamburger sind die nicht so salzig. Das ergibt gar keinen Sinn. Doch, weil manchmal ist da so, esse ich Gurke oder so, mit so Gurkenwasser und manchmal nicht. Finde ich, esse alles auf. Ich bin das größte Loch auf der ganzen Insel. Oh, bist du bei, ähm, äh, sieben versus, äh, wild? Nein, ich bin der Hola, Julio. Aber ich esse nur Burger-Pommes und manchmal Salat, wenn meine Mutter das sagt. Nee, Salat isst man nicht. Ähm, von Salat sagt man, ähm, kriegt man so mehr Gehirn. Und deswegen hast du auch keins. Nein, du lügst. Ich habe auch schon zehn Salat gegessen. Zehn Salat in deinem Leben? Ja. Manchmal muss ich so zweimal die Woche Salat. Ja, ich nicht. Ich esse nur Burger-Pommes. Weil meine Mama sagt, ähm, wenn ich nur Burger esse, dann werde ich dick und, ähm, und kriege so, wenn ich älter werde, so Pickel. Ich esse alles auf. Ich bin ein großes Loch. Weißt du? Weißt du, Finn? Ich bin das größte Loch gewesen. Ähm, wo warst du, größtes Loch? Ja, ich war das größte Loch in der Schule. Nächstes Spiel mache ich jetzt. Man, noch einen Versuch, Stumble, wenn ich nicht schaffe, mache ich wieder Ballstars oder so. Ja, ich mache jetzt Ballstars. Weißt du, ich mache auch mit den coolsten Baller. Kennst du den? Äh, welcher? Ja, der coolste. Edgar? Nein, das ist nur der zweitcoolste, weißt du. Der coolste ist Edgar. Ich mache... Nein, ich höre nicht Juwelen. So. Weißt du, Finn? Ich hab... Ich hab ein Edgar kaputt gemacht. Nein! Finn, weißt du, ich hab ein Edgar kaputt gemacht. Mann! Okay, okay, Leute. Ich bin jetzt gemutet. Ähm, ich schaffe keinen Sieg. So, ich muss gegen, ähm, Bots spielen. Und ich mach einfach nur eine Runde um eine Lieblingsmap. Ähm, ich mach schnell. Ähm, rutsche. Und ich mach nur mit zwei Spielern. Und, okay. Ähm, ja, ich mach jetzt noch eine Runde, ähm, Stumble. Tja, du bist ja auch ganz schön los, bist du. Nein, ähm, der hat mich runtergekickt und war dann vorne. Was bringen die Eier in Brawl? Ähm, wenn die Eier sammelt, kriegst du immer eine Omega Box. Wirklich? Ja. Lügst du auch nicht? Nee. Ja, ich hab eine eingesammelt, eine Ei. Krieg ich jetzt Omega? Ähm, du kriegst eine Omega Box, wenn du, ähm, 1000 Eier sammelst. Ey! Was hast du gesagt? Ähm, nichts. Und, oh ja, jetzt läuft voll gut die Runde. Das ist voll schlecht. Boah! Ich hab grad alle Abkürzungen in den Super Slide. Nein, das darf man nicht. Das ist verboten in Deutschland, weißt du. Ähm, aber es ist nicht verboten in Stumble. Nein, du spielst aber in Deutschland. Und Angelo Merkel hat gesagt, das darf man nicht. Ja! Hab Krone! Ich hab Krone und Sieg geholt! Ja! Wirklich? Jetzt ist es viel. Ja. Aber du bist total lost, Finn. Eigentlich kannst du gar nicht. Bin richtig gut in Stumble. Ich muss jetzt mal kurz einmal hier... Warte, ich nehm jetzt den zweitbesten Baller. Achtung, ich muss jetzt hier... Warte! So. Da vorne ein Gif. Salto! Aua, nein, gestorben! Du bist auch echt lust, Finn. Okay, nochmal einen Versuch. Jetzt mach ich ohne Salto. Ja, Salto kannst du auch gar nicht, weil... Dein Kopf ist viel zu groß dafür. Ey, doch, ich kann viel besser, als du, Salto, ins Schwimmbad von einem Meterbrett. Nein, du lügst ja. Da ist wieder ein Ei, wieder ein Omega. Aber wir waren ins Schwimmbad und ich hab rückwärts Salto gemacht und Marie hat geklatscht. Und du hast nur Bauchplatscher gemacht? Nein, du lügst eh. Nein, das weißt du noch. Du hast Bauch geklatscht. Nein, das warst du. Nein, nein. Das hast du dir nur ausgedacht. Boah, jetzt hole ich Sieg. Jetzt hole ich Sieg. Weißt du, ich geh jetzt unsichtbar mit den Leon. Und jetzt kaputt. Hast du das gesehen? Ich bin jetzt Erster geworden. So schlecht bist du. Nein, du bist nicht Erster. Du lügst. Ja, ich mach jetzt nächstes Spiel. Stammel, kennst du? Ähm, ja. Achtung, ich muss mal kurz zu meinem Onkel. Der hat gerade telefoniert. Warte, ich muss kurz muten. So, wisst ihr, bevor ich jetzt Stammel mach, ich kann gar nicht gewinnen. Auf den Account von meinem Bruder hier fliegen alle und hacken, so wie der Lamm. Ich geh jetzt in eine Runde. Ich zeig euch kurz Gruppe, Benutzer detiniert, eine Runde. Zwei Spielers. Und jetzt alle löschen. Und jetzt nur Laser. Und jetzt spiele ich nur das, wisst ihr. So, Finn, ich bin wieder da. Mein Onkel hat gesagt, er war an der Tankstelle eingesperrt. Boah, ich bin gerade richtig fett in Tallman. Oho, ich hab jetzt schon Sieg geholt, Mann. Ja, du hast da zu viel Burger Pommes gegessen. Dann wird man zu dick. Headshot. Boah, das war einfachster Win von immer. Es ladet nicht. Ah, jetzt. Subway Surf hat eine Million jetzt. Ja, ich mach jetzt Laser. Okay, Leute, ich bin jetzt gemutet. Ich booste richtig vor mit Lukas Pay2Win Hack Account. Einfach alles boosten. Okay. Hallo, Max. Ich bin gerade in Stammel, äh, in Subway. Hallo, Finn. Ja, ich mach grad Stammel, weißt du. Ja, und ich bin jetzt, ähm, schon bei 200.000. Was? So schnell? Boah, ja, ich bin richtig gut hier. Weißt du, ich hab auch ganz einfach gewonnen, weil ich bin der Beste. Ja, hab Sieg geholt in, äh, Stammel jetzt. Jetzt mach ich ja ein anderes Spiel. War total einfach. Nein, du kannst nicht so schnell im Stammel gewinnen. Du bist, ähm, Hacker. Nein, ich hab nur das gemacht, was der Lomm immer macht. Nein, aber der Hack, du musst ehrlich spielen. Ich mach jetzt andere Mapping, Geometrie. Da bist du voll straight, du hast nicht mal erstes Level geschafft. Doch, hab ich schon. Nein, das hast du noch nie geschafft. 50% hab ich erstes Level. Boah, ich bin richtig gut in Subway. Das spiel ich immer, wenn ich morgens kacken geh. Wirklich, ich nicht. Dann mach ich immer Pause und dann mach ich am nächsten Tag mein Highscore immer weiter. Was hast du für einen heißen Score? Hm, 30 Millionen. Du lügst. Das hat nur Lionel Messi. Nein, Lionel Messi hat 200 Millionen im Jahr. Nee, Cristiano Ronaldo. Nee, der spielt... Sag jetzt Cristiano Ronaldo oder von Messi. Nee, Cristiano Ronaldo spielt bei Katar WM. Der kriegt noch mehr. Ja, aber wer ist cooler, Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, sag? Ey, Ronaldo ist viel cooler. Ich hab gewonnen jetzt, Finn. Ich bin der Beste von... Nein, du hast geackt. Nein, ich mach jetzt nächstes Spiel dieses hier wieder. Weißt du, ich bin ein Pony. Dafür bist du viel zu doof. Nein. Boah, ich hab schon jetzt halbe Million. Ich bin überfahren worden von deinem Auto. Bist du in deinem Auto gewesen gerade? Nee, ich war in einem Zug. Du hast mich überfahren. Wieder vorbeusten mit Lukas. Was machst du? Ähm, ich hab Jetpack gefunden. Was willst du am liebsten von McDonalds, wenn du Burgerpommes hast und gehst? Ähm, meistens Cheeseburger mit Pommes und Ketchup. Na, ja, ja. Und Getränk... Cola. Ach so. Und du? Hast du auch schon mal Erwachsenen-Cola getrunken? Ähm, nur Kinder-Cola. Ach so. Ja, ich hab... Weißt du, mein Bruder sagte immer, ich soll immer Cola... Cola leicht bestellen. Aber letztens, weißt du, was ich gemacht hab? Was hast du gemacht? Ich hab Cola normal bestellt. Aber sagt das nicht meinem Bruder, ja? Nee, das ist verboten. Aber wenn du Cola normal bestellst, bist du dann auch immer so... Bist dann auch immer so, dass du so... Voll... Voll viel so springen musst. Ja, ich bin dann ein Flummi. Meine Mama... Eine Million geknackt! Wirklich? Du hast gehackt. So schnell kann man nicht. Nein, so schnell kann man das nicht gewinnen. Die Leute sehen das. Ich hab eine Million. Wirklich jetzt? Ja. Mein Bruder hat gesagt, man kann nur eine Million, wenn man in Lotto gewinnt. Nee, oder wenn man, ähm... Paluten ist. Oh, jetzt ganz große grüne Fläche! Ich hab jetzt eine Million. Ich... hasse dich. Ich bin grad gegen eine, äh, äh, ein Auto gefahren. Hast du schon den Neuen gespielt? Der eine, Willow? Hast du schon... Nee, weil... Spiel stürzt dann immer ab und wenn man, ähm, Ulti drückt... Nein, das war nur an den, das war nur an den Tag, wo das rauskam. Heute nicht mehr. Nein, das ist immer noch so. Nein, du lügst. Nein, weil... Nein, ich hab geguckt... Stream von deinem Bruder, von Lukas, hab ich geguckt, weil Kevin war irgendwie eingeschlafen aufs Sofa. Aber der hat gesagt, der hatte zu viel zu tun, aber der hat geschlafen. Und weil... Wo ist der Ei? Ich kann das Spiel nicht. Ich hab auf jeden Fall gesehen, ähm, Hyra hat, äh, Willow schon auf 1400. Ja. Hyra ist aber auch unfair. Ja, aber der hackt nicht. Der ist gut. Nein, Hyra ist unfair. Ich hab mal eins gegen eins gegen Hyra gemacht und ging nicht. Der hat es geflogen im Brawl. Oh, Osterei-Belohnung bekommen. Ah, ah, warte kurz. Ey, wie viel Zeit haben wir noch? Ich bin in das Wasser gefallen. Noch sechs Minuten. Okay, dann mach ich wieder Gummimensch-Run. Kannst du da so ein... Ein Gummibärchen-Mensch sein? Ja, da kann man voll dick sein und so voll groß. Wirklich. Wieder gewonnen. Wieder gewonnen. Du lügst. So viel hintereinander kann man nicht gewinnen. Doch, kann man, wenn man gut ist. Du bist aber nicht gut. Du bist nur ein Melone. Ähm, nein, ich... Mein Bruder ist Melone. Ich bin normal, Finn. Wirklich? Aber du bist der Bruder von Finn. Was? Nein, du bist der Bruder von Lukas. Und Lukas ist eine Melone. Und deswegen bist du auch eine Melone. Ich muss jetzt das Spiel wechseln, weil das eine geht nicht. Das ist kaputt. Ich habe Motorroller freigeschaltet. 30 Meter habe ich wieder Benzin. Lukas sagt immer, sein AMG... Ähm, der braucht viel Benzin. Der sagt manchmal, der bezahlt bei Tankstelle 400 Euro. Das ist aber ganz viel. Der ist aber voll cool. Der hat richtig lauten Sound vom Motor. Ja. Und da gucken immer so die, ähm, Mädchen von meiner Schule gucken dann immer so. Ja, aber du hast auch nur ein Fahrrad. Ja, aber wenn ich so alt bin wie Lukas, kriege ich sein Auto, hat er gesagt. Hat der schon gesagt? Ja, hat der. Der lügt aber. Der hat gesagt, der gibt mir das. Ne, das stimmt nicht. Ich bin nämlich sein Bruder. Ja, aber ich bin auch cool. Ne, du bist überhaupt nicht cool. Ich kann das Haus nicht essen. Aber es ist doch voll ungesund. Es ist aus so Stein und Holz. Ne, das ist egal. Boah, ich ziehe alle voll ab mit meinem Motorroller-Seite. Ist dumm. Ja, ich muss alles essen. Ich ess alle. Ich hab alle gegessen, Finn. Finn, ich hab alles gegessen. Alles gegessen. Erster bin ich natürlich. Wir, der Beste. Und du hast kein Gehirn. Ich hab der, ich bin der Beste. Ich mach jetzt noch Bräu kurz. Weil ich bin da ganz schnell, weißt du. So. Mann, ich rastiere komplett aus. Mit dem Motorroller fall ich immer hin. Ich nehm jetzt andere Auto. Ja, du bist ja auch ein bisschen doof, du zimmer Motorroller nimmst. Einer, der macht so TikTok und manchmal rappt der. Ja, das ist ein Freund von meinem Bruder. Wie viele Abos hat der? Ähm, der hat, glaube ich, so 15 Millionen. Ja, ist der beste Freund von meinem Bruder auch. Weißt du, mein Bruder hat auch gesagt, der ist befreundet mit Cristiano Ronaldo. Aber die machen nicht so viel zusammen, weißt du. Ja, aber Ronaldo, der ist momentan in WM bei Katar. Mann, es ist kein WM gerade. Doch, der wurde da gekauft. Es ist kein WM gerade. Gerade ist nur normal Fußball. Wie jeden Tag. Ja. Nein. Doch, hast du noch nie Fußball geguckt? Hä, aber der ist so in diesem, wo es so Wüste ist. Da spielt der doch. Ja, aber das ist normal Fußball. Hab jetzt Win geholt. Ich habe auch Win geholt. Eine Minute 30 nur noch. Ich mach noch einmal Stumble Win. Eine Minute 30. Ich mach jetzt auch noch mal Stumble Win. Muss noch mal kurz muten. Ich auch. Okay, Leute, ich mach noch mal ganz eine Runde Block. Der ist, weil es mein Lieblingsweb ist und dann gewinne ich. Ja, okay. Bist du wieder da? Muss auch kurz muten. So, wisst ihr, ich mach jetzt noch schnell eine Runde hier. Zwei Leute. Und jetzt hier alles löschen. Child Fall. So. Ja, jetzt bin ich wieder da. Film so ein 40 Sekunden nur noch. Ich schaff das. Ich bin jetzt schon im Finale. Ja, ich muss mal kurz. Warte, ich mach eben erste Runde. Warte, ich geh jetzt kurz ins Ziel. Warte. So. Und zweite Runde jetzt. Ja, ich bin jetzt drin und ich gewinne jetzt das letzte Spiel. Nur noch 20 Sekunden, Finn. Wenn du jetzt nicht gewinnst, dann bist du doof, Kopf. Boah, Lukas hat voll krassen Skin. Äh. Ja. Ja? Du bist doof. Zeit um. Okay, ich bin aber noch in Runde. So, da ist der Grün. Der, 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 der Blaue. Ich bin noch in Runde. Ist hier gut? Nein. Aua. Aua. Okay, ich bin fertig. Ich hab gewonnen. Du lügst. Nein, ich hab gewonnen. Ich hab den jetzt runtergeboxt. Weißt du was? Ich auch gewonnen. Ja. Äh. Ich habe, ähm, ich habe 30 Wins gesammelt. Ja, ich 40. Nein, nicht immer einmal mehr. Du lügst. Weißt du, im Ergebnis sieht man jetzt hier, wenn der Kater von Ahmed das fertig geschnitten hat, dann gucken wir das Video. Und der, der wirklich gewonnen hat, der ist der Coolere in der Schule für eine Woche. Und der andere muss Burger Pommes bezahlen. Abonniert Kanal und tschüss. 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 ARD Text im Auftrag desnícks.